Das ist ja richtig hohe Freude. Jawoll! Du legst doch Pippi Langstrumpfmusik drinnen. Ich glaube, ich muss noch mal sagen, das ist doch scheiße. So aktiv sind ja nicht. Ich fand ja nicht so krassen Dinger. Aber nicht ein krass Dinger. Legst du was warmen ab hier? Ich habe mich bezahlt. Hossi! Liegestütze ist nächster. Was ist zählen? Eins. Vier. Vier. Sechsten. Drei zwanzig. Drei zwanzig. Darf ich draufsetzen? Darf ich mir das Puscheln stellen? Drei. 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 Was war das vorher? Ist das widerlich? Nee. Zensiert. YouTube macht aber 8 Gitter. Ja, vergiss es. YouTube macht aber 8 Gitter. Auf jeden Teil. So ist bei uns die Pre-Show, oder was? Was ist das jetzt? Achtung, ich meine, ich stehe schon mal auf. Verboten. Kolob mal Brat-Kaki. Na ja, hey. Gesunder Spruchtechnik. So ist das. Wir öfter haben das Bier. Was ist denn? Hat jemand ein Tempo? Wer nimmt die Nase? Ich brauche ein Tempo. Ja. Hast du wieder hartnische Heizlüfter angemacht, oder was? Das finde ich gut. Es ist echt kalt kontrolliert, dass 100 Fernsteck gekippt sind. 100? Ja, komm. Vor allem, wenn der Heizlüfter auch nicht die ganze Raum ist.